Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist heutzutage geprägt von bürokratischen Standards und zahlreichen Einzellösungen. Es werden die Symptome behandelt, aber nicht die Ursache. Wir benötigen in Zukunft das Zusammenwirken aller Disziplinen. Wir brauchen Brückenbauer, die alle Bereiche IT, Technik, Sozialkompetenz, Gesundheitsversorgung zusammenbringen, mit dem Ziel, den Menschen und dessen Lebens- und Versorgungsqualität wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und hierfür ist der Studiengang Innovative Gesundheitsversorgung genau der richtige. Mit dem Lukas-Kranach-Campus in Kronach schafft die Hochschule Hochfreiraum für Kreative und Visionäre, die bereits während ihres Studiums dazu beitragen möchten, die Strukturen im Gesundheitswesen zu vernetzen und gleichzeitig effizienter zu machen. Ziel des Studiengangs ist es, dass Gesundheitswesen wieder mit dem Begriff Gesundheit assoziiert werden kann und man weniger an Krankheiten direkt denkt. Dass soziale Einrichtungen wie Kitas, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen mit innovativen Technologien und modernen Strategien unterstützt werden. Dass diese zum Beispiel weniger organisatorische Arbeit bewältigen müssen und mehr Zeit für die Menschen haben. Was mich neugierig gemacht hat, war die Vielfältigkeit der Studieninhalte. Auf der einen Seite bekommt man fundiertes Wissen in den wichtigsten Bereichen der Gesundheitsversorgung und des Management beigebracht. Aber auf der anderen Seite auch wirklich praxisorientierte Einblicke in das Ingenieurwesen, aber auch die IT. Ich bin kreativ, habe einen Blick für das Ganze und möchte etwas bewirken. Im Studium lernen wir verschiedene Technologien kennen, aus denen wir visionäre und moderne Konzepte entwickeln können. Gerade dieser Mix hilft, in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft wirklich etwas zu bewegen. Und außerdem ist das besonders Tolle daran, dass die Technik so vermittelt wird, dass man kein Mathe- oder Physikgenie sein muss. Superspannend ist der Mix an Lehrmethoden. Ich hätte beispielsweise nie gedacht, dass Lego dazu beitragen kann, komplexe und abstrakte Themen wirklich begreifbar zu machen. Außerdem sind die eingesetzten Planspiele ein super Ansatz. Insgesamt, wenn man wirklich eine direkte Anwendung hat, lernt man viel mehr, als es jemals in normalen Vorlesungen möglich wäre. Die Hochschule Hof zusammen mit dem Lukas-Karnach-Campus in Kronach und den Kooperationspartnern stellt die perfekte Voraussetzung für mich als Expertin für morgen dar. Wir wollen dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Egal ob jung oder alt, gesund oder krank, in Ballungsräumen oder auf dem Land lebend. Außerdem ist es uns besonders wichtig, auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verbessern. Nutze deine persönlichen Fähigkeiten und das im Studium erworbene Fachwissen, um mit deinen Visionen das Gesundheitswesen zu revolutionieren. Bewirb dich jetzt für den Bachelorstudiengang Innovative Gesundheitsversorgung am Campus Kronach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017